3 3 oder auch schwenke schwenke bisschen wärme kommt ja durch da aber ja wärme war dennoch licht haben wir heute wieder nicht da sind kleine blaue löcher aber grundsätzlich muss man sagen ist im gegensatz zur nacht die wunderschön klar und extrem kalt war mit sieben grad ist jetzt natürlich wieder gründlich abgedichtet hier okay wir freuen uns oder eben auch nicht abarbeiten muss nur